hallo meine lieben hier wieder mal ein update aus dem studio 1 der strategie um auf den laufenden zu bleiben aktuelle lage hat sich natürlich jetzt etwas verändert wie man sieht wir haben die shorts soweit ans laufen gebracht nun heißt es wie könnte es weitergehen gleich zum anfang möchte ich natürlich gleich darauf hinweisen die zwei grundpositionen beziehungsweise eine grundposition der strategie und eine achter für den interdejustierten handel hat sich natürlich so ergeben wir hatten ja laut dem letzten update geplant sobald die marke 664 attackiert wird einen dbm reinzusetzen und den zweiten oder den ersten strategischen short aufbau quasi auf einschland zu bringen und auch auf die 664 wenn sie zurück die ganz sollte zumindest zum absichern um die neu aufzunehmen und was ist nun passiert wir haben jetzt ja wie man sieht den ersten strategischen long habe ich natürlich nachgezogen nach dem 664 erreicht worden ist nachgezogen stark nichts mehr wo ich wollte da nichts mehr abgeben denn der grundgedanke ist natürlich gewinne mitzunehmen und weiter oben wiederum sich zu platzieren somit haben wir aus den ersten strategischen short nur in anführungszeichen 876 euro schon eingefahren und aus dem zweiten achter quasi für ein interd gemünzt den zweiten quasi in die bär reinlaufen lassen wie man sieht und da gab es jetzt noch mal 210 orangen dafür und dieses bedeutet wir haben bis jetzt da ja knapp 1100 orangen in diesen zwei trades erreicht in der strategie nun so weit so gut aber strategie läuft ja weiter wie man sieht und nun habe ich eins gemacht nur dass wir wieder auf dem aktuellen sind ich habe hier den zweiten intraday den achter von der 770 jetzt abgis nicht abgesichert aber im db eingegeben 563 somit werde dieses reichwert pflicht natürlich dieser 777 auch raus warum weil ich vermute mal stark dass werden rücklauf bekommen werden grundgedanke wie immer neu sich aufzubauen in der strategie also einmal ausstoppen lassen und dann kaufen wir unsere strategischen points oder positionen wieder zurück und das machen wir gleich bevor wir dann kurz in die analyse reingehen und zwar kaufen wir einmal einen achter zurück und zwar mit limit gehen wir rein an den widerstand 10 726 was vorher unterstützung war bis 10 738 somit setzen wir einen short einstieg 10 737 ein momentchen sl bleibt natürlich klar wie vorher auch und db lassen wir erst einmal auf 6669 da verändern wir auch nichts das lassen wir unseren ersten darf man wieder achter zurück und den zweiten also den ersten strategischen den bauen wir wieder bei 25 25 auf kaufen uns wieder 25 positionen zurück und den setzen wir auf 10 782 das heißt dann quasi wir haben einmal abgescapt oder beziehungsweise gewinne mitgenommen und dann bauen wir ihn neu auf denn wir müssen auch immer mit einer pullback bewegung rechnen und da versuchen wir wieder neu rein zu kommen somit haben wir jetzt haben dieses wieder aufgefüllt das ganze nicht erreicht aber dann haben wir unser immer noch unsere grund shorts auf der agenda da wir wie man ja ab wissen ab den ersten update wir wollten richtung 10 837 und von hier aus sieht man schön die linie bis in den bereich 10.000 113 10.000 85 10.000 10.000 17 oder bestens 10 9.000 937 da wollten wir hin das ist weiterhin unsere strategie die werden wir nicht verändern und nun heißt es bekommen wir noch einmal die die möglichkeit weiter oben shorts aufzunehmen dann hätten wir zweimal mit zwei positionen also grundpositionen wieder diesen gleichen anlauf um nach unten zu kommen bleiben wir jetzt mal fixiert für den jetzlichen verlauf wir haben jetzt oder sind unter 664 gelaufen hier ist es ganz wichtig ein tageschlusskurs das heißt sollten wir einen tageschlusskurs unter 10 664 schaffen aus während sich sollte das nächste anlauf ziehen 10 5 63 bis 10 5 30 sein hier fliegt dann das nächste db raus und dann bleibt immer noch die grundstrategie 2 positionen weiter offen für die nächsten ziele nächstes ziel wäre dann das shorts signal in dem bereich 10 3 96 in etwa wo wir danach unsere dps fixieren jetzt aber in die mögliche gegenbewegung darum die aufnahme weiter oben noch einmal die shorts zurück zu kaufen wie man sieht wir sind hier ab dieser bewegung 620 jetzt aktuell langsamer anlaufen das heißt 620 und internet haben wir ja jetzt im augenblick fixiert ein möglichst anlauf ziehen laufen indikator bei 617 also kreuzunterstützung und somit noch einmal ein bisschen ein puffer dazwischen 600 und 7 wäre ein schönes anlauf ziehen also 620 bis 617 hier die möglichkeit dann spätestens wieder die bullen kurzfristig nach oben zu tragen und da könnten die bereiche anvisiert werden nummer eins um eins zu stoppen die 736 und somit können wir hier aktuell sagen solange wir nicht darüber gehen unter 736 bleiben kein prägt 761 schaffen würde die bewegung richtung 563 sein müssen oder 530 da werden glaube ich die nächsten weichen gestellt ob ein kleiner rücklauf beginnt oder das nächste short signal aktiviert wird kritisch wird es natürlich wenn auch hier unter 516 wieder ein darbeschluss gibt das nächste short signal aktiv und dann bewegen muss richtung dem short signal richtung 397 aber so weit wollen wir jetzt noch nicht denken wir freuen uns darüber dass eventuell die bullen jetzt sich im herz fassen eher kurz zum boden bilden und versuchen richtung den neuen einstopp level 736 zu marschieren schaut man dick drüber auch wenn break über 762 kommt ein mögliches anlauf ziel wäre oder könnte sein und sind die 10.784 da sollte man genau aufpassen denn hier könnte diese bewegung jetzt wellen technisch die möglichkeit bieten ab diesen level danach über die 785 wieder das spiel nach unten zu schaffen und somit gibt es erst entwarnung sollten wir einen dachschluss über 785 schaffen dann würde eins passieren können einmal die 620 617 gehalten und von hier aus dann quasi über über einen dachschlusskurs 785 doch noch das level 837 zu erreichen oder 857 oder 934 oder sogar 11.087 also hier ist es danach aufgepasst das ist der kunststock wie es weiterlaufen kann und solange wir unter 10.086 bleiben natürlich immer mit zwei drei punkten filter ist ja klar drunter bleiben heißt es abwärts bestens 107 38 abwärts und geschweige natürlich die 726 auch noch als widerstand jetzt da vorher auch weiter abwärts somit die anlaufs level für mögliche short einstiege hier einmal drauf schauen und die anlaufziele jetzt die 10 563 oder 530 in anspruch zu nehmen so das war es erst einmal aus dem kurzen bereich aber ich mir fällt gerade etwas anderes auf ich werde es hier anders da machen ich werde hier denn es den take profit auf break bereich setzen sei es ich werde auf 530 setzen den db und würde bei 563 aus diesen 8 positionen 5 abscalpen und den rest den sl nach unten ziehen ja das wäre optimal da können wir auch das optimale denke ich rausholen und dann können wir es manuell betätigen wenn es soweit ist somit steht teil 6 schon wieder fertig da wir sind wieder aktuell aus dem verlauf man kann es natürlich auch noch einfacher machen für diejenigen die sagen weißt du was ich gehe kein risiko mehr ein bis jetzt ist es doch gut gelaufen man kann alle strategischen shorts absichern und es kann nichts mehr passieren dann hat man mindestens 1000 orangen schon eingepflückt und eingedütet und den rest lässt man noch einmal ein bisschen ins plus laufen also summa summarum hat man was verdient in der strategie und es kann jetzt nur noch mehr werden oder tja weniger kann es ja eigentlich nichts mehr werden oder den neuen einstopps levels wenn die bull noch mal doch noch erscheinen nach oben um die oberen ziele zu attackieren aber dann dafür haben wir gewissen bereich wo wir diskutiert haben wenn ja sonst ein stoppen endet an der strategie nichts ob es hier direkt runter geht nach erreichen das kurz der 837 oder von mir aus auch die 11.087 ist sie weiterhin keine kurse über 11.113 per monatsschlusskurs und deswegen bleibt die strategie weiterhin richtung grob 11.113 bis 9.934 erst einmal darunter gerne auch ein bisschen ein paar punkte mehr denn der bi unser erwähler hatte ja heute im webbing angedeutet dass er richtung 9 800 unterwegs sein möchte in diesem sinne bedanke ich mich erst noch mal wir sind auf dem aktuellen stand weiterhin gut dreht und wir sehen die auflösung wie es dann kommen wird und was wir dann im endeffekt erreicht haben aber wir sind aktuell in diesem sinne danke und bye bye